ARD Text im Auftrag von Funk Nein! Ja, herzlich willkommen! Sotec spielen? Kein Problem. Ich kann nichts dafür, das war Automatik spielen. Läuft, 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 läuft. Ja, ich muss mich noch hinsetzen. Wir spielen FIFA 15. Sotec ist da, hallo. Hallihallo. Sehr schön. Ja. So, scheiß. Guck mal, ich bin mit dem HSV, der gerade in der Relegation ums Überleben kämpft und Sotec spielt mit Dortmund. Sehr schön. Mal gucken, wer besser ist. Wir haben uns beide noch nicht so intensiv gespielt. Ja. Und äh... Oh Gott. Nee, 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 so nicht, Freundchen. So nicht. Ja, wir spielen online, also wir sitzen nicht nebeneinander. Ja, warum flankt der nicht? Die hat doch Flanken gedrückt. Jetzt. Gute Flanke verwerten. Ja. Gute Flanke. Aber der Gegenspieler haben. Wo ist meine Abwehr? Kaga. Abseits. Ha. Ah, nein. Ja, komm mal. Die Horror-Vision, dass der Ball ihn durch die Beine rollt. Ja, die Horror-Vision auch. Das sind der Ball durch die Beine rollt. Der hat sogar bis ins Tor gerollt. Wär so. Ja, wie willst du denn aus dieser Entfernung... Hast du auch dieselben Kommentatoren wie ich ja, ne? Also dieselben Sachen, die gesagt werden? Weiß er nicht. Also es wird schon hübsch einiges dasselbe gesagt, aber keine Ahnung. Weiß er nicht, was er über dir sagt. Nein! Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Mit der Flanke kann er nichts anfangen, hat er gerade gesagt. Mit der Flanke kann er nichts anfangen, hat er gerade gesagt. Wie gesagt, er hätte 3,60 Meter groß sein müssen. Das war gerade der Kommentar. Ah, hab ich schon aufgepasst. Toll. Jetzt wird er sagen sollen. Ja, Kaga aber. Kaga aber. Aua, aua, aua. Aua. War nichts. Der Ivica. Aaaa. Ey. Kann man aber wohl mal faul pfeifen, ey. Flach pfeifen, ey. Schmelzer. Schmelzer, den schmelz vielleicht mal ein, ey. Komm, 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 wo bleiben die anderen? Wo bleiben die anderen? Ja. Ja, nämlich. Die was? Danke für den Freistoß. Ja, mach dann. Was, Freistoß? Das ist keine Freistoß, ne? Ja, das ist ja, bis du rein bist. Ja, ich hab doch den Ball nicht spielt. Sieht man auch eindeutig, ey. Ja, ich komm doch auf die Art drauf an, ja. Ich mag die brutale Art. So weißt du. Reus. Ah. Der will doch nix, ey. Seht doch jetzt schon, dass nix wird, ey. Sag ich doch. Ja. Konter. Konter. Oh, war das abseits? Nein! Eine Sekunde zu spät, ey. Ja. Verdammt. Haarscharf, ey. Haarscharf war das. Eine mit Spannung durchsetzt ist es fantastisches Spiel. Das soll ich schon sagen. Ja. Das war eine faire Aktion. Boah. Verteil, Junge. Ne, ich ne, das bin raus. Ich mag das gar nicht, wenn ich so was hier mit mir mach. Ja, ich nehme jetzt den Ball und schieße jetzt mal drauf. Wo ist denn das Freistoß-Spray? Hallo. Freistoß-Spray, Herr Schiedsrichter. Das gab's ja schon. Das ist wohl aus dem Buch. Ja, stimmt. Bei der WM gab's das schon. Ja. Und gestern in der Relegation beim HSV gab's das auch schon. Echt, ernsthaft? Ja, 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 ja. Eigentlich, mir fehlt das Freistoß-Spray hier. Unrealistisch. Oh, komm, ich bin vorgerückt. Ah. Was? Ja, weil ich vorgerückt bin mit der Mauer. Kann man auch Geld geben, Mann. Na. Da ist's. Ich gebe dir mal das Freistoß-Fakt. Zentimeter. 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 20 Zentimeter. Nie blieben kleiner, Peter. Das ist ganz nur noch vorbelastend. Oh, Zucker. Zucker, Zucker. Kommt doch eher raus, hier vorbei. Ah. Ja, so macht man das HSV. Und die Eckfalle nochmal umarmen hier. Wo ist denn die Bundesliga-Uhr? Hängt da nicht. Marcel Jansen, Fußballgott. So, Schottag, jetzt muss ich mal ein bisschen reinhängen, ne? Ah! Sehr schön. Sehr schön. Nein! Dann wollte ich in die Rücken der Abwehr spielen. Oh, Ecke, oder? Der ist doch noch abgesprungen, der Ball. Echt? Na gut, ich hab den Rasen weggehauen. Gib mir den Ball, du Wichse! So, sehr schön. Da hast du auch nicht Druck bei dir drauf auf der Abwehrschotag, ne? Braucht man Entlastungs-Anhalt. Ah, shit. Nein! 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 Verletzt, verletzt, verletzt! Der ist nicht verletzt! Doch, war gerade ein Kreuz von mir! Da war ein Kreuz! Ein Kreuzmann-Riss hat der? Ja, spielen wir doch uns aus! Von 1983 hat der HSV zuletzt einen europäischen Wettbewerb gewonnen. Und er träumt davon, wieder einmal eine Trophäe. Nein! Oh! Oh! Ich brauche zu viel! René Adler, Torwart Gott! ausgetrickst habe ich da na komm ich war neben dem abseits aber sowas von abseits ja okay das reicht ab und über das verletzten da war ich nicht mehr gegrätscht oder ganz normaler zweikampf naja sehr gut sehr gut zwei schüsse ein tor der sonne 50 prozent ausbeute was über mehr sehr schön wie er sich das rechte eck aussucht da war das tor nochmal so ecke sehr schön die grafik die ich finde ja aber eins hat sie ein bisschen verschlechterte gesicht aber beim 14er irgendwie bisschen besser also die grafik hier ja ah shit oh emotionen emotionen ich hab schon gejubelt zwei Millimeter Millimeter haben wir noch gefehlt hm hm eh ey das war wohl ein Foul ne 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 abseits Ne äh das war doch abseits ganz Nei ich hab zurückgespielt mein Franz zurück spielen da ist das Ding was richtig ha 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 schäuze da war da dein Mann vorher wie das das ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen danke an die Regie Bis später so, es war zu normaler Zeit über sehr schön hast du gern nein so nicht das kriegt die hsv wir gerade noch hin du hast ihn voll umgesenzt ich krieg gelb weil ich da mit der mauer ein stück vorrücken ja liebe zuschauer wenn ihr auch mit uns spielen wollt dann schreibt sie unten in die kommentare wir suchen spieler wir suchen opfer opfer und gegner dann können wir liga spiele machen die letzte multiplayer das war eine gute maßnahme schreibt gerne in die kommentare wenn ihr mal gegen uns spielen wollt gewinnen wollt oder sagt ihr seid sowieso viel besser als wir was auch nicht schwer sein dürfte halbzeit 1 zu 1 sehr ausgeglichenes spiel wie ich finde ja sehr schön sehr schön sehr schön das wird der trainer in der kabine garantiert thematisieren da bringen sie sich in den letzten minuten zehn sekunden keiner hatte zeit so die pause ist vorbei es ist alles in ordnung schiedsrichter pfeift die zweite halbe zeit so Tom ey dann gucken wir mal das wird dich nochmal das wird Dortmund hier nochmal vom platz finden ja er spielt den ball nach draußen hau ihn raus schade schönen gewaltschuss machen das ist der vorteil auch nicht schöner einsatz toller fehlpass so kennt man es vom hsv da stand er genau da wo er zu stehen hat ha Zucker oh komm lauf 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 oh ich mach'n geschehen ja ja wenn man kein salto kann macht man eine vorwärtsrolle oh ich was für ein zucker passen oh und dann auch getunnelt dann sehr schön jetzt steht auch ein wiederer Zugzwang hier äh äh jetzt hat er mehrere möglichkeiten und lass vor Gott ein pass wie auch nein 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 oh der hat doch reingehen müssen gutes schnelles passspiel Prozent Prozent das wird es gewesen wird perfekte Kontinuzen Prozent sechs getötet Prozent Prozent ja auch Glück gehabt der Wein für der Roman ja ja eigentlich mehr sie werden sind du bist unser Film ja da stand eine Abwehr wohl nicht ganz so schön und die Roman Weimfeller ist auch ein bisschen komisch in der Gegend rumgehoffs und gesprungen ich war noch überlegen ob ich den auswechsel in der Halbzeit weil er gelb hatte die verstehen sich blind blablabla schick auf noch ernsthaft ja zwei Tore gemacht da sei ich noch mal ein Verpacker oh Lübsche Türken ja aus der Siegel Aaaaaaah schade diesen Angriff der Gegner guten Eindruck Aaaaaah nein nicht noch vorne spielen oh oh ups abseits ja schade das wo spielt sie den Ball denn hinten das keine Ahnung blablabla schnitt blablabla schnitt blablabla schnitt ihn lupfen da wollte ich zu viel gut mit gespielt er geht die menschen gut das rechtsfuß ja da müsste man mehr erfahrung haben mit den ganzen spieler was was ist ja der schuss war ja nix so jungs wo seid ihr denn alle sollt angreifen kommt schon kommt schon da wo man so weit vorliegt weiß ich nicht nötig krägst nur das mal ist auch kein Weg gefunden auch die Karte die die Korn kommen wir die Fresse Wofür Wofür gibt es denn da gelb aber nix ey nix trotzdem nix hey selben Frisuren mit und es wird zweit oder das oder jetzt gehen wir in den Ball schnell ausgeführt nörd die Kostgeber die Kostgeber Ja. Nein. Komm! Was? Nein! Doch! Und der hat schon Geld. Oh Gott, Elfmeter. Verkacke. Der will sich aber auch fallen lassen in dem Moment. Der will sich fallen lassen. Der will nichts anderes außer den Elfmeter. Ah, da steht der Drop nie im Tor. Da steht gar kein Adler im Tor. Wieso steht der Drop nie im Tor? Wie springt der überhaupt? Mit A, ne? Ah, egal. Nein! Ja, komm, mach den High-Fly, ey. Drop nie weit noch ein bisschen! Ach ja, mach' ich noch mal anschauen! Guck, die Hand noch oben! Guck, aber die Hand noch oben! Guck, die Hand noch oben! Guck, die Hand noch oben! Guck. Guck, jetzt fangen wir mal an den Ball! Mann! Guck, du mh. Guck, du mh. Komm schon, Jungs! kämpfen was würde ich war wenigstens nicht über den nein 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 komm jetzt kommt er nein 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 grätscht Kommt schon ey, da geht doch noch was. Ruhe bewahren Jungs. Was macht ein Drop Nina? Nein! Hau weg! Komm noch zu ballen! Nein! 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 Ja! 3 zu 2 ist es ausgegangen. Ja, liebe Zuschauer, ich hab kläglich versorgt. Nö, das war spannend. Das war ein spannender Spiel. 3 zu 2 ist ausgängig. Herzlich, fantastisch, ja. Fantastisch. Fantastisch, ja. Ja, bis zum nächsten Match. Warte, warte, warte. Ich will noch was sagen. Irgendwann in der nächsten Zeit gibt es noch ein Gewinnspiel. Ja. Und zwar machen wir mal, wie oft das unser Flo fantastisch in einem Video sagt. Ja, zum Mitsehen, ja. Genau. Wer der Erste ist und die Richtigen hat, der bekommt einen kleinen Preis. Ja. Fangen wir mal in irgendein DLC oder so. Ja. Das sollten wir mal, das machen wir mal. Fantastisch. Ja. Das werden wir in den nächsten Videos mal in Angriff nehmen. Sehr schön. Ja, vielen Dank Showtech fürs mitmachen. Wir spielen dann wahrscheinlich gleich noch eine Partie, denke ich mal. Und, ja. Wenn ihr mitspielen wollt, schreibt unten in die Kommentare rein. Lasst gerne ein Like, dann lasst ein Abo da. Drückt dem Showtech euer Mitleid aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ja, erster Sieg für mich gegen den Tom. Im nächsten Spiel werden wir dann mit Brasilien gegen Deutschland spielen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, sagt Florian von Let's Multitale. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.